Na, also geht doch. Ähm... Naja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch alles? Äh, ein Schiff. Da ist ein Froschmeichel. Ein Alligator, Baby. Ach, wie süß. Mhm. Ah. Hm. Oh, ist das nicht so süß? Ich könnte so einen Finger verlieren. Wir machen das. Und es ist sicherlich befestigt. Können wir zufälligerweise das Messer mit dem Seil benutzen? Ja. Wie geht der Pegbiter los? Ich würde besser ihn fassen. Bevor er jemanden fassen. Ähm, ja. Dann schauen wir uns jetzt an. Wir müssen ein bisschen spionieren. Wir müssen ein bisschen rein... Ja. Hmm... Ich dachte, ich habe gesagt, dass du rauskriegst! Oh nein, das tut mir leid. Ich schließe. Benutze. Können wir die Glocke mitnehmen? Ich will nicht den Bellen sterben. Ich fühle mich schlecht genug, um seinen Alligator frei zu setzen. Äh, ich wüsse... So, dann haben wir das schon mal. Dann sollten wir ja noch die Holzpolitur nehmen. Äh, Quatsch. Ja. Könnte ich etwas Politur bei Ihnen kaufen? Könnte ich etwas Holzpolisch kaufen? Das ist ein Stück von A. Was anderes? Ich würde gerne ein bisschen schauen. Natürlich. Ja. Ja. Tee. Na ja, dann gehen wir mal zu den Typen wieder hin. Und schau mal. Guckst du, habe ich Holzpolitur? Äh, benutze Holzbein. Nein. Das scheint nicht funktioniert. Danke. Hier ist ein Stück von A. für Ihre Probleme. Das wäre nicht wunderschön. Nice. Ähm, Benutzer, Betrachter. Nice. What is it this time, fly brunch? See you later. Haben wir noch was von der Politur, zufälligerweise? Benutze mit Holzbein Kaum, weil es so schön war Und nochmal Danke, hier ist ein Stück für deine Probleme 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 Hm Das ist krass Mein Scoutmaster würde mich töten, wenn er mich mit einem Knife wie so sah Ich würde gerne dieses Holzbein hernehmen Das wäre nicht wahr Das scheint nicht zu funktionieren Was macht ihr denn da oben? Was macht ihr denn da oben? Wir spielen Äh, das ist richtig, wir spielen In unserem aktuellen Arbeit betrachten wir menschliche Antworten zu globalen und environmentalen Themen von einem verändernden Welt Mhm, und warum seid ihr gerade hier oben? Wieso müsst ihr auf dieser Lunge performen? Äh, um die precarische Natur der Situation zu zeigen Äh, so zu sagen Ich glaube, ihr überseht den Symbolismus, den ihr durch eure Nähe zur Erde herstellen könnt Ich glaube, ihr überseht den Potenzial der Symbolismus zu bekommen, um deine Nähe zu der Erde zu erhalten Ähm, aber... All right, du hast uns Wir sind wirklich hier oben, weil... Well... Wir sind Angst, dass wir runterkommen Was? Was ist das Wort für das, Frank? Äh, äh, hm Landrattenphobie? Terraformophobie? Terraformophobie? Es ist das Opposite von Acrophobie Something wie... Orkaphobie Äh... Äh... Angst, dass dieses Spiel noch ein tieferes... Nee... Äh... Angst, dass ihr den tiefen Sinn des Ganzen nicht versteht Wir sehen uns später Äh... Wir sehen uns später Äh... Wir sehen uns später Und dann können wir den Eimer da mit hernehmen Benutzen Eimer mit Schachtel I don't think that'll work Auch nicht Na gut Äh... Was haben wir denn jetzt hier? Ähm... 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 Can't I do anything right? Hm... Was können wir denn Onlook machen? Ist der Handel immer noch da? Benutzer? I have to have a room first Ähm... Öffne... Ähm... It's already open It's a bit on the tattered side It's a bit on the tattered side Untersuche... Messy, Messy, Messy Largo could be back any minute Messy, Messy, Messy Messy I don't see anything special about it Then again I never really have understood art Nice It's a bit on the tattered side It's a bit on the tattered side They look pretty old Na gut Dann schauen wir mal wieder zum 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 Zimmermann Ja wo ihr da denn? Ja wo ihr denn Zimmermann Zimmermann Da alter Zimmermann Zillen Quatsch Ja Ja Mink Ähm Benutzer Gib Ich glaube nicht, er würde das Ich glaube nicht, er würde das Nimm neger Benutzer Drücker Pounds and pounds of nails Ich brauche Ich brauche alle Oh, wenn es plötzlich... Ah... Ähm... Nice craftsmanship Ich habe es mir selbst Ich habe es mir selbst Ich habe es mir selbst Gehe deine Hände von dort Boer Geräusche Ach, ich habe es mir selbst Das ist vor allem Der beste Pegle Ich habe es noch einmal gesehen Wir sagen Ich habe es mir selbst da hat da ist auch ein schild help wanted one week salary in advance inquire below dann fragen wir doch mal ich habe da ein schild draußen gesehen was ist der job ich habe das der job oh ja ich sollte das alles ich habe einen neuen körper aber wenn es nicht mit ihm funktioniert ich werde dir wissen ist der job zu haben sorry den Mann, den ich habe geholfen hat ist gut nicht ich bin dann bald als bisher hier ihr Kind wie müssen wir den da rauskriechen aber wie aber wie Oh, shoot. Bet my mom would help me find it. It's a pile of blank paper. For crying out loud. I hope it didn't roll onto the floor. Nobody move. I can't believe somebody would steal it. Oh, there it is. Thanks. Oh, hello, Mr. Brush. Would you mind if I just looked around? Oh, no, be my guest. Gang, I've lost my monocle again. Take paper. I'd go for help, but I'm afraid to walk around like this. Use paper with... I'm stuck here forever. I'm going to starve to death in here. What is that? I can't see a thing. All I want is my monocle. I'm going to die hungry, blind and alone. Why me? It's too small. I never hurt anyone. Rats. This stinks. If I don't find it soon, I'm going to lose all the monocle grabbing muscles in my eye. Here, monocle. Here, boy. Na gut, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt hier gerade, oder ich komme hier gerade jetzt sowieso erstmal so auf die Flotte nicht mehr weiter. Ähm, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier Spielspeichern. und nehmen logischerweise gleich mal den ersten Platz. Und dann wird gespeichert. So. Was? Schon 9%. Das geht aber schnell. Na gut, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Servus, euer Sloopy Joe.